Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rocket League. Richtig, nicht TTT. Aber mit ein paar Leuten aus TTT. Nämlich Lephias, Gorobai, Krabs, Tautau, Dalu und mir. Das gleiche Team wie vorhin, ey? Nee. Aus der ersten Runde, ja. Ja. Nein, die gerade. Die gerade. Vorhin die Runde. Oh, das wär's gut gewesen. Voll Brain-Lag gehabt. Nein! Na? Ja, du? Ja. Andi Deckel. Andi Deckel? Wer ist Andi? Wer ist Andi? Ey, ihr habt gerammt von Tautau wieder. Er ist so gut, wenn er nicht gerammt. Was ist das denn hier? Der war für'n Goro. Ja. Und ich hab ihn nach vorne gemacht. Ja. Boah. Ja. Boah. Krass. Wer war da dein Keeper? Hinter. Wer war das? Tryhane. Der war gut, ja? Zack. Kommt, Cent. Nee, doch nicht. Aha. Oh nein. Da hast du's. Da hast du. Oh. Müh. Tautau. Kick ihn doch weg. Oh nicht. Oh. Oh. Der war gar nicht so schlecht. Aber. Ja. Oh nicht mehr als das. Goro, deiner. LOL. Goro, ey. Und was ist da los? Nein, ey. Ja, was denn, ey. Erstmal Goro. Ich hoffe, dass du noch drauf, weil du dir so viel Zeit gelassen hast. Da, Goro. Ist doch alles gut. Vorbeigesprungen, ey. Vorbei. Passiert. Nein. Nein. Einer. Scheiße. Meiner. Oh. Deiner. Den hättest du mir lieber lassen sollen, gerade. Den anderen. Sorry, Krabs. Ich hab kein Turbo. No Turbo. Oh, scheiße. Oh, Tautau. Oh, Tautau stand auch da, ey. Der hätt's auch noch machen können. Zwei Versuche gehabt. Oh, gut Gaming, ey. Lass, 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 lass. Das ist durch. Schade. Ich hab den noch genommen, ey. Ja, der wär auch besser gewesen. Sorry, Tautau. Oh. Na, schade. Achtung. Hoch in die Mitte. Nein. Alle springen dran vorbei, Alter. Das ist immer dasselbe. Das ist, wie wenn man mit einem blinden Hund ein Stöckchen spielt oder so. Bitte. Der war nicht schlecht, Nephi. Ja, der war auch nicht schlecht, Nephi. Boah, der war nicht schlecht. Gut, Nephi, bist du gut drauf. Ja, ist ja schön. Wir alle am Ball. Da kommt er. Der kommt richtig gut. Nein, ich hab ihn noch fast gehabt. Hab ich nur berührt, ey? Ne. Aber knapp, ey. Da kam die ganze Bande. Oh, der kommt scheiße. Nein. Danke, Nephi. Ne, der wär zu hoch gekommen zum Reinkicken. Ja. Hallo. Oh, ja gut. Nein. Oh, weg damit. Hallo. Doch. Nein, auf seinen Hintern geschossen. Hier, Nephi. Weg da. Nette Idee, Nephi. Scheiße. Aber hier ist Ende. Oh, shit. Hier ist Ende, Nephi. Jetzt rammen die mich alle weg hier. Grabs. Oh, nice. Oh, shit. Oh, das ist gefährlich. Na, wer hat mir da weggerammt. Ich hab keinen Boost. Toto. Lass mir den Boost go, boy. Alter. Das ist, wenn man die Ballcam annimmt. Oh, go. 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 Ich hab die Ballcam dann ausgeschaltet. Ich hab nicht noch mal, dass er sich da gerammt wird, sondern dass er sieht. Was soll ich den am Himmel denn gucken? Ich ramme auch voll auf eigene Teammates. Genau. Du hast ja auch voll auf eigene Teammates gerammt. Das ist mal eines Absicht, das andere nicht. Hallo, ey. Flieg der mal jetzt. Ui. Bam. Nice. Ja, bam, ja. Hier, Nephi, mach, mach. Ja, good game. Oh, so. Der wäre nicht mal ansatzweise reingegangen von Nephi, ey. Der wäre vorbei wieder. Der war meilenweit vorbei, doch. Der wäre vorbei. Der wäre in die Kante rein. Nein, ach, nicht mal, ey. Der wäre dran vorbei. Der wäre sogar noch am Bahnhof vorbeigerollt, ey. Am Bahnhof. Ah, no. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich springe, ich drück den falschen Knopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab den falschen Knopf. Sorry. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich springe. Ich wollte boosten, ey. Cramps hat es leider irgendwie still. Fargo. Ja. Boah, wen hab ich denn da gestoppt, ey. Hat sich Nephi's Auto mir bei meinem verkeilt. Boah. Alter Fall. Gibt der nie was hier. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. 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 Oh. Oh. Wenn die Teammates immer so straight aufs Tor losfahren. Das ist immer. Oh, wer schockt mich? Nein. Hier nochmal. Komm, der geht noch weit. Nein. Schade. Da hättet ihr noch. Wenn ihr da geschossen hättet. Ja. 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 War schon die zweite Runde jetzt? Ne, ne. Die erste. Die erste. Fühlt sich so an, aber es war die erste. Ja, es fühlt sich so an. Der Ladevorgang läuft bei mir immer so lang. Echt? Ja, das ist richtig. Ey, du warst doch jetzt mal vor mir im Game. Eigentlich geht's doch voll schnell. So, geht mal ran da. Goro bei und Tautau. Los hier. Alles klar, Goro im Gegner-Team ist gut. Das ist immer etwas, ne? So, nichts nach vorne. Danke. Schön pass. Nein, ich mach ein Tor. Nein. Da hab ich mit Sechsen passen. Der kann man leider nicht sehen. Richtig kacke. Ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Das hätte mir aber auch eine Vorlage geben können. Das ist ein richtig guter Schwung gehabt. Ich mach hier einen Torwart von uns. Oh, der wäre fast gut gewesen. Nein. Nein. Hey, Goal. Me, Kana, du. Oh nein. So war das nicht geplant. Das war nicht so die richtige Richtung. Ich wusste nicht. Ich bin jetzt diesmal davon ausgegangen, dass Tautau nicht trifft. Das war jetzt das fehlende Fehler. Danke. So, jetzt ist er wieder vorne. Aus dem Weg. Tautau Mitte, 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 Mitte. Ja, ja. Versuch, ich hab grad drauf. Nein. Mann, ey, jedes Mal. Ey, das kann doch nicht sein, Neil. Das nächste Mal sag ich einfach gut Gaming Mitte, ey. Der macht das schon. Aber so richtig, einfach straight, ey. Springt das früher los. Der Zehner hat sich gelohnt heute, ey. Wir können nicht gegen Goro verlieren. Wir verlieren doch nicht gegen Goro. Leute, es ist 1-1. Ja und? Das ist wie eine Niederlage. Eben, was ist wenn die da jetzt Mut schöpfen? Haut doch ran, taaut doch ran. Oder ich geh ran. Ich geh doch nicht ran. Geschopft. 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 Schopfen kannst du so viel du willst. Ja, ja. Schopft mal weiter. Ab ihn. Vorne. Hier ran, Go. Bisschen Ruhe. Center. Nein, die springen dran vorbei. Der geht zu hoch, der geht zu hoch. Nein. Das wär kein Gammeltor, ey. Das wär kein Gammeltor. Ich hab wieder geguckt, was die machen und hab dann langsam drüber gespielt. Das sind die guten Tore, guck. Oh, der Goro hat nur einen Satz gezeigt. Hab wirklich noch fast dabei gewesen. Ja. Ja, war doch geblockt. Du Schwarko. Gut, geh mich zurück. Kann ich nicht so gut sehen wie Goro, mein ich. Nein. Oh. Kein Scheiß, Jungs. Goro. Lass das Gras los. Nein. Fahrt die grad gegeneinander, oder was? Das ist unser. Goro hat mich hier am Trikot gezogen, Leute. Der hat mich auch mal festgehalten, im Tor. Verkeilt, oder was, ey? Super Aktion. Das ist die einzige Möglichkeit, wie sie hier gewinnen. Oh. Shit. Na, der war zu groß. Na. Guter Stil, ey. Der war nicht schlecht, ey. Das nennt der Abiturient Antizipieren. Oh nein. Die scheiß FIFA-Sprüche, ey. Mach den Spruch. Weg da. Mach du mal, Dalu. Mach du mal, Dalu. Enter. Für keinen. Nein. Oh Gott. Eindoli nicht auf den Ball gefahren. Na, ich war wieder. Ey, Leute, was soll ich machen? Soll ich Dalu noch mal ein lecker festhalten? Ja, halt mal fest, ey. Ne, ich hab wieder statt Boosten springen gedrückt. Das war wieder total dämlich. Aber du wolltest da machen, Dalu. Ein Hackentor wollte ich da machen, ne. So gut positioniert. Hui. Boah. Gibt mal ein bisschen geil. Nice, Tau Tau. Mitte. Kein Boost. Ich hasse es hier zu stehen. Hast du recht, Goro, ey. Geil. Geil. Ja, der kommt. Toa, nein. Wo war Goro denn, ey? Wurde er gerade vom Platz getragen, ey? Guck mal, wie er gefendet hat. Hast du ihn zerstört gehabt, oder was? Ja, er ist ja gerade gespawnt. Ah, okay. Das war mies dann. Aber er hat das doch versucht, ey. Klar. 130 kmh. Da haben wir ihn im Angriff, haben wir ihn nicht gesehen, ey. Gut, Goro. Tau Tau, geh mit. Na, komm nicht, bitte. Alle? Doch, geh mit. Hallo, Kurt. Nein! Easy. Gar nicht nötig. Der war zu hoch. Ich dachte, ich krieg den noch. Da kriegt Nils den Hattrick, ey. Krabs sagt schon gar nichts mehr. No. Krabs ist doch im Siegerteam. Da komm ich jetzt noch. Achtung. Woohoo! Flapp hin. Für die Fans. Ah, Tau Tau. Gefährlich. Ja, ist nur ein Fünfer. Das kommt dir das an. Wie gut er gespielt ist. Äh. Hallo hat mir auch ein Fünfer gegeben vorher. Scheiße. Für den Kiosk. Kannst du ne gemischte Kiosk. Wollte ich mal ein paar Pokemon Karten. Für Pokemon Karten ist das so viel zu wenig gewesen, ey. Oder Yu-Gi-Oh Karten. Genau. Oh. Oh, da können. Nein! Oh, Krabs los. Und der Tau Tau hinten. Ohohohohohoho. Da hat der Tau Tau zerfetzt, ey. Das die Macher, das die Macher. Ah, nein! Einfach machen lassen und gemiesen. Wird's zweistellig? Na, ich hoffe nicht, ey. Da haben wir fast zwei Minuten. Was? Von Goro in Spider-Man gespielt, hast du gesehen? Jetzt muss ich auch wieder einen schießen. Goro klebt er an der Wand, ey. Ach, komm. Oh! Oh, Dalu, deine Chance! Nein! Das gibt's doch nicht. Die Köps war gut. Hier, Platz hingelegt. Du wartet. Der Köps, der Gentleman, bleibt sogar noch stehen. Ja. Ja, wächst doch nicht geschossen. Das ist gut. Oh Gott. Das ist doch jetzt traurig hier. Das wird richtig traurig bei uns. Meiner ist das Spielzeit. Komm mal. Tau, tau, ey. Keiner hin, ich geh nach hinten. Was? Keiner hin. Mach doch Mitte. Dann mal los, ey. Dann komm. Komm. Na, ich hab's verkacken. Komm, mit deinem Tor. Wuhu. Ja, ich lief auch gleich, ey. Wird's noch reich, ey. Das muss ich nicht geben, ey. Dafür ist meine Zeit zu schade. 1-6-2. Ich bleib hinten jetzt hier. Oh. Guck ich mir lieber einen Film an. Oh, da kommt der große Konter. Oh, doch nicht. Ein Tor! Torwart raus! Torwart raus! Nein! Ja, der kommt nochmal. Der kommt nicht, der kommt nicht, Alter. Der kommt nicht. Tautau kickt den weg, ey. Aus dem Weg, Torwart. Wir wollen noch ein Tor schießen. Schade, der kam hoch. 10-0, höher wird das heute nicht. 10-0. 10-0. 10-0 wird's ja auch nicht. Wir müssen noch 12-2 machen. 10-2. Oh, Kopfball vom Dalu. Oh, jetzt mach ihn rein! Komm, nimm mal deinen Ball damit jetzt. Und wenn Tautau rauskommt, lupf mal drüber. Hier. Dribbeln. Ja, ja. Erstmal den vorbeispringen lassen. Komm, weiter nach vorne jetzt. Eins, go! Oh, schön! Das wär's gewesen. Ja, was denn? Der Anschluss-Dripper. Ausgleich, was? Der hätte uns 10 Punkte gegeben, so schön war der. Ja. Oh, nein! Oh, nein! Alle rammeln hier, ey. Oh! Oh! Der Good Gaming. Der war zu krass. Nee. Den hat er von da oben geholt, ey. Tautau wollte da grad zum Ball. Guck mal, er, ey. Guck mal, sieg mal Tautau, das wollte ich nicht zulassen. Da kommt er. Fuck. Ass. Du Ass. Komm, eins kriegen wir noch hin. Einen kriegen wir noch hin. Ja, eins kriegen wir noch hin. Direkt raus. Hallo Randa. Komm, 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 der muss erstmal flach gespielt werden. Nein! Den hab ich nicht gekriegt. Alle springen da. Tautau, das ist deiner. Da ist er zu hoch, viel zu viel Zeit gewastet da. Komm, 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 komm. Der ist noch oben. Nein! Halt ihn noch oben, halt ihn noch oben! Oh nein! Oh Gott, was ne traurige Runde, ey. Fürs Zugucken. Aber nicht letzter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.